Ey, yo Leute, was geht? Erinnert ihr euch an diesen Tilt-Test, den Riot mal vor 2-3 Jahren gemacht hat? Ich war da letztens Paladin und ich hab mich gefragt, hab ich mich vielleicht in diesen paar Jahren verändert? Bin ich immer noch Tilt-Typ Paladin? Deswegen möchte ich diesen Test ja einfach normal machen. Ihr könnt ja auch nochmal den Test normal machen und dann in die Kommentare reinschreiben, was ihr davor gewesen seid und was ihr jetzt seid. Es gab dazu auch ein sehr cooles Video. Und ich würde sagen, Leute, lasst uns den Tilt-Test nochmal machen. Das sind 16 Fragen, die wir beantworten müssen, für diejenigen von euch, die neu sind. Ich kann den Link einfach nochmal in die Beschreibung reinpacken, sodass ihr das dann auch machen könnt. Es ist eine sehr, sehr coole Idee von Riot, ja. Okay, bevor ich aufhöre, muss ich ein Spiel gewinnen, da ich noch eine Stunde lang schlechte Laune habe. Das ist mir persönlich egal. Es gibt mal Momente, wo das so ist. Grundsätzlich ist es mir aber nicht so wichtig. Frustrierende Niederlage beschäftigen mich auch noch einige Zeit nach Ende des Spiels. Okay, Moment. Das stimmt, aber nicht volle Zustimmung. Es kommt immer drauf an, was der Grund ist für den Loose. So, wenn wir verlieren, weil einer keinen Bock mehr hat, okay, Leute, dann denke ich mega noch drüber nach. Dann fuck mich das noch richtig ab. Wenn es aber ist, okay, der Gegner hat besser gespielt, dann ist ja gut, da hat der Gegner besser gespielt. Deswegen mache ich mal nur Zustimmung. Ich kann es nur schwer ignorieren, wenn mir jemand im Spiel Vorwürfe macht. Okay. Das hier würde auch keine volle Zustimmung bekommen. Ähm, ich rede im Stream darüber. Ich chatte nicht so oft, manchmal schon. Deswegen würde ich nicht volle Zustimmung sagen. Auch nicht neutral, sondern nur Zustimmung. Ich muss zugeben, dass es mir genauso viel Spaß macht, andere Spieler auszulachen wie zu gewinnen. Äh, nee. Nee, also, klar, wenn einer Bad spielt, also wenn einer so richtig Astro-Boostet, also nicht wenn er Bad spielt, wenn er einen richtig Astro-Giga-Boostet, mega schlechten Play macht, der irgendwie in so eine Fail-Montage reinkommt, dann lache ich halt mal gerne drüber. Ich finde, Gewinn ist ein... Vielleicht liegt das auch an mir, Leute. Also, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Ich finde, Gewinn in Leak fühlt sich nicht gut an. Es ist ein echt Comeback-Game oder so. Ich finde, es ist eher... Oh, okay, ich bin fertig. Auf ins nächste Game. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ich würde Ablehnung machen. Ich glaube, volle Ablehnung passt da nicht ganz rein. Ich spiele lieber viele Spiele direkt nacheinander, anstatt über eine längere Zeitraum zu verteilen. Oh, das stimmt. Das stimmt. Oder? Okay, das ist bei mir eine Zeitsache. Ich liebe es, viel mehr Tage zu haben, wo ich durchspamme, als zu verteilen, weil ich da nicht richtig Warm-Up habe. Okay, das ist nicht, was ich kann, sondern was ich erlebe, aber ich würde es eher mal mögen, zu spammen. Ich benutze den Chat im Multiplayer-Spielen so gut wie nie. Warte mal. Wenn ich zustimme, heißt es, ich benutze ihn nicht. Nee, das ist Ablehnung. Nee, das ist Vollablehnung. Ich chatte da nicht schon recht viel. Also, ich gebe schon mal Informationen durch oder sowas. Wenn mich ein Spiel tiltet, starte ich oft eine Abstimmung für die Aufgabe? Hä? Starte ich oft eine Abstimmung für eine Aufgabe oder stimme einer Aufgabe zu? Hm, ich glaube, das kriegt eine Ablehnung von mir. Ähm, ich surrender nur dann, wenn das Spiel wirklich over ist. Aber ich glaube nicht, wenn ich tilte. Ich bin mir aber auch nicht voll sicher. Deswegen lieber nur Ablehnung. Wenn es ein Chat hitzig wird, dann zögere ich nicht, den gesamten Chat stumm zu schalten. Okay, okay, das kriegt eine Vollablehnung von mir. Warte, denn ich mute den Chat eigentlich nie. Ich mute vielleicht mal in ihm. Ich hatte so wenig Games in meinem ganzen Leben, wo ich den vollen Chat gemutet habe. Wenn das Gegnerische Team bereits früh im Spiel die Oberhand erhält, erzwinge ich besonders große Spielzeuge für ein mögliches Comeback. Ähm, nee. Eigentlich nicht. Also klar, wenn das Gegnerische Team hard ahead ist, dann ja. Dann kennt ihr das, ne? Dann kommt gerade sowas wie Rengar-Syndrom rein. Also ich sage, okay, wenn mein Team ungefähr 10.000 Gold behind ist, ja. Oder halt auch je nach Team. Komm, 7.000 bis 10.000 Gold behind. Dann muss ich irgendwas forcen. Ja, weil wenn nicht, dann, äh, dann, 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 dann ist halt over. Aber nee, das kriegt eine Ablehnung von mir. Ah, wobei, Vollablehnung? Nee, ich mach mal nur Ablehnung. Wenn ein Teamkamerad schlecht spielt, sollte man ihm Ratschläge geben, was er besser machen kann. Ähm, okay. Innerhalb der Solo-Queue stimme ich da nicht zu, wenn ich ehrlich sein soll. Die meisten Leute tilten, so, wenn da ein Top-Land-0-2 ist und du sagst, play safe, dann tilten die meisten. Ähm, ich mach mal neutral. Ich gebe mir öfter selbst die Schuld als meinen Teamkameraden. Ich gebe mir auch die Schuld. Okay, manchmal, wenn ich spiele, dann, also, wie soll ich sagen, ich bin auch einer, ich blame auch manchmal die anderen, obwohl das meine Schuld ist. Das ist aber so, im Moment des Games sieht man nicht unbedingt alle Blickwinkel. Ja. Ähm, ich würde hier auch eher neutral machen. Ich tue es auch mal. Da sag ich auch, ey Leute, das war mega bad von mir. Ja. Ich schaue aber auch auf die anderen. Deswegen gehe ich hier eher für neutral. Pausen sind wichtig für mich, damit ich Spaß am Spiel habe. Was für Pausen? So zwischen Solokinopause? Also, nee, warte, vor allem nicht, volle Zustimmung, volle Zustimmung. Ich find's geil, liegt mal eine Woche nicht zu spielen, dann komm ich wieder rein und hab mich wieder mega Bock drauf. Ich kann mich nur schwer auf das Spiel konzentrieren, wenn ich das Gefühl habe, dass die Partie verloren ist. Volle Zustimmung. Volle Zustimmung. Weil dann FF ich auch, wenn das Games oder so schon verloren ist. Wenn du, also, wenn wirklich gar keine Chance da ist, ne, auch wenn wir nicht scalen, alle meine Mates sind, sind kacke behind und der Gegner müsste turbo mega behindert sein, so eine Winchance von, ich sag mal, 1% oder so, dann FF. Wenn du getiltet bist, dann ist es besser, das für dich zu behalten, anstatt es deinem Team mitzuteilen. Stimmt mich zu. Wenn andere Spieler schlecht spielen oder sich wie Idioten aufführen, ist es ein gutes Gefühl, sie in ihre Schranken zu verweisen. Oh, da muss ich zustimmen. Also nicht, wenn sie schlecht spielen, aber wenn sie sich wie Idioten aufführen, dann sag ich, go AFK or play the game. Quasi, wenn einer schon droht, dass er AFK geht. Wisst ihr? Das meine ich aber auch ernst. So lieber will ich haben, Leute, das ist jetzt meine Einstellung, hört sich vielleicht komisch an, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn jemand sich für einen Hurensohn verhält, dann will ich nicht das Game noch 20 Minuten spielen, damit er am Ende sagt, nö, kein Bock und dann läuft er runter und dann war 20 Minuten Tryhard wieder gewastet. Ich glaube, ihr kennt solche Momente. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche Beispiele oder Storys, könnt ihr mir mal dann gerne auch in die Kommentare schreiben, die nicht volle Zustimmung machen. Okay, was bin ich? Letzte Frage. Sticheleien? Provokationen und Wortgefechte sind wichtige Elemente von Multiplayernspielen. Oh, das stimmt leider. Ey, ich hasse es. Also, ich stimme dem zu, was hier steht. Ich hasse es aber. Es ist aber leider ein Teil der Online-Kultur, die wir haben und es ist auch ein in Anführungszeichen normales Verhalten in einem competitive Game irgendwo sich zu shit talken. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das ist einfach, also nicht, dass ich es gut finde, ja. Ich mach das selbst manchmal auch. Ja, dass wir so Fragezeichen reinschreiben oder so, aber es ist so keine gute Sache overall. Aber es ist so eine Kultur, sag ich mal. Okay, Leute. Jetzt checken wir mal ab. Bin ich noch der Paladin? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht, oder? Ich bin der Barbar? Moment. Moment, 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 Moment. Also, dazu gibt es doch gleich ein Video. This outspoken Tilt type represents feeling passion and frustrating in equal measure. Okay. Impulsiveness drives them to comfort and challenge all external sources of tilt. No matter the cost. crackling with the spontaneous driven energy the Barbarian favors those who act first and do the deep breathing as it later. Okay, okay, doch. Das, doch stimmt. Ich will erst das Game-Center machen, danach tilte ich in der Regel. Players who feel the need to do something about it when tilted whether flipping a table. Okay, so krass bin ich noch nicht. Must be given immediate release. Okay, doch stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. To master strength. The Barbarian has mainly beneficial aspects that inspire us to compete and defy the odds. Click here to understand innate strengths. Wohen? Huh? Achso. Anger and passion can be a double-edged sword, but when harnessed by a Barbarian who has mastered their emotional storms, they provide a clarity of purpose that helps them drive the change they want to see. Belly full of fire. Leute, im Bauch hab ich... Ich find das voll cool, dass ich jetzt was anderes bin. Confident and motivated. The Barbarian represents a strong sense of self and unwavering conviction. They trust their intuition relying on their God to turn right from wrong. This headstrong, this type compels us to fight for what we want, to take big risks and defy the odds. With the right intention, the urge to engage, debate... Okay? Gemeine Schwächen. Uff. Chat is a battlefield. Don't feed the trolls. Don't fight fire with fire. Just left it off. It isn't a simple brush to disrespect. Okay, doch. Das stimmt. Scheiße. Riot hat mich... Riot hat mich richtig am Schwanz. Barbarians can often be their own worst enemies. Self-sabotaging and attacking others for vengeance or satisfaction. The urge to leash out may satisfy in the moment only to lead tension amongst friends and teammates. Okay. Ich glaube, da agree ich nicht ganz. Oder? Also ich habe manchmal Rengar-Syndrom. Das auf jeden Fall. Aber ich denke nicht, dass das overall auf mich zutrifft. Vielleicht könnt ihr das ja sagen, Leute. Bin ich weak in need, ja? Blind and rage. Coming to the barbarians dark side, hold a shift and focus away from the big picture. Small slides become monsters of frustration that devour your good time. When the moment gets heated, it feels like it's the only moment that matters. Angry is tricky like that. Okay, wenn ich wirklich die ganze Zeit geshit-talkt werde for no reason, dann sage ich manchmal, fickt euch Leute, ich gehe einfach nur split-pushen. Tilting moments? Au, ich bin Attila der Hunne. Ich bin Michael Jordan, so sehe ich raus. Was? Hey, ich bin leider bei Barren, dass they were. Thomas Edison. Okay, warte, dazu gibt es sogar noch ein kleines Video. Okay Leute, ihr konntet das Video eben nicht hören, deswegen habe ich hier kurz einen kleinen Cut hin gemacht. Lasst uns doch mal hier eben einmal reinhören, wie der Barbar so drauf ist. Ey, yo, spuh zurück. Das ist eine Lüge, okay? Ich habe mehr als genug Cannon Minions gemisst. bei ihr Team-Mate, alle von ihnen shared diesen Inner Fire und Liebe für den Spiel. Alles verändert, ein fates match, wenn sie endlich machte ein Fehler. Her opponents waren die ersten zu pointen es aus, quickly joined by die perfekte Player's own Team-Mates mocking her, telling her to uninstall in shame. Her head told her mute, her heart cried murder. self-conscious and blinded by tilt and betrayal, this barbarian now thirst for blood of friend and foe alike, screaming curses in caps lock, to feed, welcoming the sweet embrace of death as she charged. Okay, das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Ich laufe nicht runter. Hatred or passion, nagging or leadership, masochism or grit, jaded nihilism or experienced foresight. Tilt blurs the lines and twists our perspective. Okay, Leute, ich bin dann wohl der Barbar, wie es sich anhört. Also, ich stimme den positiven Aspekten von Barbaren zu, bei einigen von den negativen. Da würde ich sagen, habe ich mich im Griff. Ja, ich meine, ich habe auch mal ein paar Games runtergelaufen. Ich glaube, irgendwie so, 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 eine Reihe in meinem Leben. Darüber habe ich aber auch mal Videos gemacht. Da bin ich, glaube ich, drei Games runtergelaufen. Also, insgesamt kann ich mich, glaube ich, an drei Games erinnern. Nee, warte mal. Eins habe ich safe gemacht. Dazu hatte ich ein Video. Ein zweites auch, beim dritten habe ich mich gefangen und habe weitergespielt. Das war bei Season 4. Ja, also, ich laufe so im Schnitt alle drei Jahre einmal ein Game runter. Nicht, dass ich es gut finde. Ja, versteht mich da nicht falsch. Twitch. Aber ja, Leute, das ist mein Till-Typ momentan, der Baba. Ich bin kein Paladin mehr. Ihr könnt gerne, wie gesagt, reinschreiben, was ihr wart und was ihr jetzt seid. Und ich bin dann aber auch erstmal weg, Leute. Tschö, tschö, hau die rein und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.